. Es ist total faszinierend, wie man den Fingerabdruck der Pianisten hören kann, so wie wenn sie direkt neben dem Ohr wären. Die einen interessieren sich für die Technik, für den ganzen raffinierten Apparat, der es erlaubt, Klavierspiel aus dieser Zeit in seinen Nuancen weiterzugeben. Und was mich fasziniert, ist die Zeitreise. . Ich denke, es ist natürlich wahnsinnig spannend, einen Vergleich zu haben aus dieser Zeit. Um zu schauen, wie hat jetzt Ravel seine Wals gespielt? Und wie hat denn der Bussi gespielt? Wir sind heute mit der Digitalisierung so weit, dass wir diese alten Rollen wieder nutzen können, aber mit modernen technologischen Möglichkeiten. Tagesform ist entscheidend beim Weltterminio, aber unsere Tagesform ist auch entscheidend. Satz, Laflamme, den sogenanntarren wir. Anderen, den man die Eier der ganzen Welt ist. Und wie ist die Zeit, den man die Eier der ganzen Welt einschränkt? Und wie ist das? Und die Untertitelung? Untertitelung des ZDF, 2020